Regenwasser ist mineralienarm und kann die Härte Ihres Teiches stark beeinflussen. Eine regelmäßige Überprüfung und Regulierung der Wasserwerte ist wichtig, um Ihren Teich in voller Pracht zu erhalten. Die Karbonathärte beschreibt den Gehalt der gelösten Erdalkale-Ionen, die an Karbonate und Hydrogenkarbonate gebunden sind. KH-Pro von Getizer ist das optimale Teichpflegemittel zur Erhöhung der Karbonathärte und der Stabilisierung des pH-Wertes und schützt Ihren Teich vor dem gefürchteten Säuresturz. Abhängig von der Art Ihres Teiches sollte die Karbonathärte zwischen 8 und 10 Grad deutscher Härte liegen. Mit unseren Teichpflegemitteln können Sie die Wasserwerte kinderleicht selbst regulieren. Streuen Sie dazu Getizer KH-Pro in der angegebenen Menge von 330 Gramm pro 10.000 Liter in Ihren Teich, um die Karbonathärte um 2 Grad deutscher Härte zu erhöhen. KH-Pro von Getizer für eine ausgewogene Karbonathärte in Ihrem Teich. Regulieren Sie nun auch Ihre Gesamthärte mit dem neuen Produkt von Getizer GH-KH-Pro. Anwenderfreundlich, nachhaltig und absolut ungefährlich für Mensch und Tier. Detailer für den Teich der Zukunft. jeans wenn du beschämt köst oder izquierdo bis zum nächsten Mal zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020